Neues Video und damit Willkommen. Herzlich mit dabei ist das Taxi-Team. Best Taxi-Team. Wir wollen VOLDI. Ich bin schwul. Ich bin unsichtbar. Ja, du passt. Und ja, meine Freunde, wir machen heute die Keine-Englische-Wörter-Sagen-Herausforderung. Ja, ich bin der Wörter. Oh, was hab ich? Ich hab Tank. Was habt ihr für eine, für ein, ähm, was heißt das Wort, das ich grad sagen will? Für eine Nationalität. Ist Schutz 2 besser als Schutz 1? Ich bin der Enterprise, soll ich schon nennen? Ich hol mir da. Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen ja nur. Ja, ich hab ein Halsschwert. Kämpchen, ich bin. Arschgeil, ist equipt wieder. Ich hab ein Hals. Lass sie kämpfen. Hab einen, hab einen. Tot. Noch einen? Der hat's mir schwer, kannst du noch ein Schwert geben. So ein, du mal zwei hast. Ich bin grad, wenn du auch, äh, Dings, äh. Ach, Junge. Ich hab eine Pearl. Soll ich einen, eine Pearl geben? Einer. Höhltalk, sterb mal ab, ne? Soll ich schlappen, ne? Janik drückt Max, drückt Moritz drückt, ne? Was will er denn? Junge, Tom! Junge, Tom! Lass den fokussieren. Oh, eine andere Karte mal. Und ich hab auch, ähm, Erfahrungspunkte. Sehr profitabel. Sollen wir, sollen wir diesmal nicht offensive gehen? Er kalt aus dem Heran nichts. Naja, ich würd schon sagen. Okay, okay, okay. Ja, let's go, ne? Let's go, ne? Warte, 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 ich mach Dings. Ein TNT-Kanone. Nein. Ich bin das Kid, äh, grüner Monster. Grünes Monster. Sag mal, wenn da jemand kommt. Let's go, komm, da kommt keiner. Die wissen auch nicht, was wir hier sind. Wir werden so sterben. Ey, komm, Angriff, Angriff. Angriff. Okay, oder doch nicht. Ich mach, ich lasse die, meine Viecher los. Was, das Junge? Was ist das? Versteckt euch. Oh, ich will nicht wegen deines Viechern da sterben. Uh, 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 uh. Junge, das war echt gut eigentlich, ne? Ach du, ähm, warte überhaupt nicht. Sollen wir Dings? Lass warten, bis die... TNT-Boost machen. Mhm. TNT-Dududum. Ähnlich ist das überhaupt. Ich geh Mitte, ne? Mit nem fetten Boost. Du musst blocken. Und springen? Ja, warte. Hm? Komm, ja, stell dich so in die Ecke und springen. Wie fahrst du? Ja, geil. Wie seid ihr gestorben? Kein, äh, Dynamit platziert und wollte uns sprengen, irgendwie sowas. Okay, ich hab zwei in der Perle. Hast du? Wie heißt das auf Deutsch, weil ich gleich gesagt hab? Ender-Perle. Ja, Ender-Perle, okay. Nehmen wir drei Heil-Tänke. Ich hab zweimal drei getrunken. Ich hab auch schon. Einmal drei. Da liegt noch mal ein Ender-Perle. Ach, Alter, wo? Angriff? Ja, oder? Jo. Wie du immer die Tötungen bekommst, ja? Einer lebt noch. Ja, einer lebt noch. Vorsicht, sei geboten. Ja, hier unten, hier unten. Aufgesprengt. Meine Tötung, meine Tötung. Vorsicht. Wo gehst du hin? Ach so, ich dachte... Zurück, oder? Ja, komm, zurück, komm. Nein! Oh mein, äh. Nein! Hä, voll gut gemacht, Alter. Der Himmelskrieg-Skiller. Ja, ich hab die Jackson 2, Dings. Ja, die werden... Ja, lass mal ab, wir alle in der Perle. Die werden uns nehmen jetzt. Ich hab keine. Na, Junge, okay, geil, wir hauen ab, ja. Junge. Jawohl, sehr gut. Okay, ich mach den T. Oh mein Gott. Oh shit, Alter. Oh, was ist los? Warte mal, die kommen, ne? Achtung, Creeper. Oh. Das ist kein deutsches Wort. Ah, Creeper-Farm. Oh. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ey, Lava einmal, halt. Lava. Ich hab Stabnis 1, ähm... Äh, da oben, da oben sind 3, da oben sind 3. Hier, will jemanden schärfer einschweren? Nee. Ja, Mann. Äh, wir müssen weg. Habt ihr einer Perle? Nee. Kämpf noch, kämpf noch, hä? Ach du. Ach du meine, Leute. Abo, der eine ist tot, Abo. Geil ist TNT. Oh, fang ich mal auf. Hilfe. Oh. Tot. Er, wir sind Zweiter, voll gut. Ey, mega. Und ja, meine Freunde, das war's mit dem Video. Und ciao. Tschüss. Tschau. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr überhaupt glaubt, dass Max gecheckt hat, dass wir gerade eine Challenge machen. Und wenn ich hier gerade schon aus dem Off rede, der Norme und der Air Force-Song von Voldy und mir sind jetzt beide auf Spotify verfügbar. Zudem haben Voldy und ich einen neuen Song gemacht, der heißt Leiderner Bitch. Der ist bis jetzt auch nur auf Spotify, aber kommt noch die Tage hier auf dem YouTube-Kanal, dies, das. Ihr könnt euch den ja bis dahin mal auf Spotify anhören. Wäre sehr unehrenlos, wenn ihr den mal vorbeischauen schauen würdet. Und das war's mit der Notshow. Lass euch quälen, mach das Telefon aus. Nein, ich will nicht mit dir reden, als es solle mich aussehen. Ich bin nicht bereichbar für dich, wenn die Zeit noch für mich. Denn Moritz ist leider ne Bitch, leider leider ne Bitch. Moritz ist eine Bitch. Ja, leider. Eine Bitch. Leider ne Bitch. Ich will keine Bitch. Ich will keine Bitch.